Hallo, wir machen weiter mit TSX. Nach dem letzten Desaster. Ich mache ein etwas cleverer Vorgang, wenn ich arbeite. Und zwar... Ich schaue, was ich für Möglichkeiten habe. Ich würde sagen, Elektroschockpistole. Ich habe die noch nie ausprobiert. Ich habe mich gesehen. Oh nein. Oh, das besiegt sie gar nicht. Stopp. Nein. 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 Ich habe sicher einen Stimulanzer. Nein. Okay, gegen die Mitte Hippas stehen. Oh. Okay. Shit. Kann ich nicht aufnehmen. So, komm. Ich muss es halt so reinnehmen, wenn ich nicht direkt knicke. Gut. Oh. Komm, 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 komm. Nein. Ja, da darf ich nicht so fighten. Das wird nichts. Das sind zu viele. Zu krass augmentierte. Das Problem ist, ich weiss nicht in welche Räume ich da noch rein muss. Ich muss es mal schnell auf der Karte anschauen. Okay. Hier ist ein Alarm. Was hier in diesem Raum ist, sehe ich nicht. Das ist ein Raum. Das zeigt mir auch nicht an, wo ich genau hin muss. Ich muss einfach zum Lift kommen. Ob ich hier noch rein muss. Ob ich hier noch rein muss. Ob ich hier noch rein muss. Ob ich hier raus könnte dann auch durch. Sicher. Aber hier. Das sieht aus, kann ich noch nicht mehr herüber. Dann da. Von hier. Meine Unsichtbarkeit könnte das heraus planen. Eine Unsichtbarkeit könnte ich auch rausbauen. illesi Oder direkt die Batterie. Ich mache das mal. Vielleicht ist das Fehler. Okay, dann checken wir das erstmal ab. Ja. Der könnte hoch. Aber er kann ja nicht ringsherum. Oh, dann sehen wir schon. Ich habe die ganze Woche trainiert. Ich bin bereit. Ich habe mich gesehen. Ich hoffe, dass es klappt. Es klappt wieder nicht. Komm hoch, 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 hoch. Uiuiui, Stecki. Uiuiui, da jumpen runter. Uiuiui. Uiuiui. Ich muss sofort. Jetzt geht es hier nicht mehr. Und hier noch eine Batterie. Dann haben wir etwas, was durchgeschlagen hat. Vielleicht kann ich hier oben besser bestehen. Wow, was ist das? Oh, hier hinten. Ich fälle alle weg. Ja, die auch noch. Die kommen so geäbig hier im Rand rauf, sie können ja auch nicht raufjumpen. Die Jumpers. Jetzt. Dann. Und das Standardgewehr. Und leer. Scheisse. Pistole auch noch. Oh. Oh. Komm, 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 komm. Ah, da ist nichts. Pistole, komm. Ich muss sofort... Ich muss gleich wieder auf die Schrote wechseln. Oh. 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 O. Oh. Das ist dein Gehirn. Okay. Okay. Wir müssen die Pistole einfach mal sehen. Wir sehen uns hier. Hey. Hier. 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 Ich nehme mal an, was ich da vielleicht nicht brauche. Das Bier zum Beispiel. Das Schluck ich mal. Hier ist gerade ein wenig viel. Die Stammplatz. So oder Chips eigentlich auch nicht. Optimal weg. Die Stammplatz. Die Stammplatz kommt hoffentlich gleich. Die hat keine Power. Die Stammplatz. Jetzt kommen sie wieder. Die Stammplatz kommt hier. Und rauf kommt. Ich verpasse ihm hier rein. Kommt nicht rauf. Die Stammplatz. Hier kann ich sicher noch rein. Snacken da. Ja. die Stamm. Die Stamm 1955. Was ist die Granate? Was ist die Granate? Was ist die Granate? Ich brauche sie schon mal eine Menge Energie. Unterhalten dich hier. Äh. Nein! Jetzt werde ich fast runtergejumpft. Wenn du noch eine Deck kriegst. Nein! Kein Problem. Uh, der hat mich gereicht. Der hat mich jetzt gefrutscht. Was ist der da? Wir gehen dann auch noch runter. Irgendeiner hatte doch noch Granate dabei. Was ist der da? Ja. Was ist der da? Ja. 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 Da habe ich alle durchgelassen. Nein! Das stimmt auch mal. Passiert doch nicht, wenn wir es auch noch verpassen. Was ist der da? Ja. Was ist der da? Oh, das ist doch so. Jetzt müssen wir die Waffe wechseln. Die Stahl ist verschossen. Zuerst soll die Waffe raus und rein brauchen. Jetzt sind wir die Waffe raus. Jetzt sind wir hier noch. Jungs! Jungs! Einmal einiger. So. Einmal 5 Schuss ziehen. Und das hat auch gewirbt. Dann schiessen wir noch. Panzerbrechen. Das räumt. Äh... Der an. Ui, da verschiess ich noch. Und du der nächste. Hey! Das ist auch leer. 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 Oh! Das ist auch leer. Der Alarm ausschalten. Der Alarm ausschalten. Die Mene bin noch oben. Shit! Komm, komm, komm! Dann gehen wir raus. Gehen wir raus. In die Hölle das zuerst. Oh! 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 Gehen wir in die Tür rauf. Hoppa! Gehen wir zu. Ah! Wo kommen wir rein? Nein! 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 Wo will er jetzt hier hacken? Ich will ihn nachladen. Das ist ein Schub. Jetzt geht er nicht mehr in die Äckung. Ja! Das ist auch ein Schub. Wieso? Das ist gut, dass du die Taunen schaffst. Wir mal die Anpass. Schwierst du? Na mal. Ja. Und jetzt, heu ihn um. Ja. Ich fache einfacher. Hoi. Jetzt ist sie hässig. Jetzt ist sie scharf auf mich. Ah, schau jetzt. Ja. Aber es nutzt da nichts. Ich kann den Schutz runterfahren. Ja. Boah. Was hat der da abgeschossen? Krass. Ja, jetzt habe ich ihn vor mit ihm. Sehr gut. Jetzt habe ich ihn gebraucht. Um. Oh, wieder einer weniger. Oh, wieder einer weniger. Ah, das hat jetzt weh. Ja. Mache ich später. Gut. Kann ich auch brauchen. Ich hau ab. 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 Direkt. Direkt auf alle. Ah, das geht nicht. Mach, mach, mach. Bevor sie hinzukommen. Ja. Gut. Zack. Das geht jetzt nicht. Scheibe. Okay, das sind zwei. Das heisst, der lässt leider aus. Was ist das für ein Raum? Waffenraum, oder? Dass es so krass gesichert ist. Geht nicht mehr. Probieren wir den mit allen Tricks möglich sein. Aufzutun. Was ist der Datenscan? Da sehe ich z.B. die Firewalls. Übertakten. Ei, 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 ei. Ja, das wird nichts. Scheisse. Da ist mein Hacking-Skill zu klein. Scheisse. Also. Testen wir mal hier. Hier ist der Klicker neben. Die MP sind auch noch gut, oder? Ah. Da vorne sehe ich verdammt viele. Da drin sind ganz viele in dem Zelt. Hoppla hopp Sonst komme ich dann auf die Welt Ist jetzt ein Geschütz? Kann ich das irgendwie ausschalten? Ja Ah Geil auch Vorne ein Zelt ist vor allem Und da raus kommt der Unbluts Was ist das denn? Ah, schau jetzt Das wäre der Security Computer Für das brauchen wir doch mal so ein Tool Schalten den aus So Und jetzt Kameras aus Geschützt kann ich glaube auch schon, oder? Sehr gut Schauen wir mal die Pistole Dass mir eine in den Weg kommt Ich spreche nicht mehr einfach mal die Pistole Okay Okay Schauen wir mal Ei, 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 ei Das wird nichts Ähm, direkt drauf kann ich auch nicht Ja 60 Bei dem bei 30 Verstärken nochmal, mal schauen wie das reagiert Ja Ja Sind meine Hacking Skills nicht gut genug Schauen wir Das ist ein Scheiss Ja Das ist nur eine Stufe 2 Aber er wird sofort ausgelöst Wenn ich in eine Richtung etwas mache Ist auch ein bisschen komisch Wie will ich es denn schaffen? Wie will ich es denn schaffen? Auch die PDAs habe ich natürlich auch nicht mehr geschaut Das kann natürlich sein, dass ich noch die PDAs Das kann natürlich sein, dass ich noch die PDAs gesammelt wurde So Hier nochmal eine Okay Sag nicht, wie kommen wir da also rein? Ah Ja Ja Da komme ich Das Inventar voll Das kann wohl mehr als ein Ich kann dich stacken Mal Hier kann ich jetzt den Laser anbringen Sehr gut Ich bin auch schon mal los Dann könnte ich eigentlich noch Ich nehme einen indication Schaden Ich nehme an Die Schaden erhöhen Ich brauche da etwas weniger Munition Jetzt schauen wir Zwei Plätze sind wenig. Ich werde gleich den Alkohol zurück. Die Granaten wären nicht nötig. Die ist weg. Der Alkohol. Jemand. Das ist aber lustig. Ich kann den Alkohol noch das Zeug nachladen. Es gibt auch Platz. Dann noch 7 Schuss. Okay. Zurück. Cool. Das Laser Ding war auch cool. Die andere Waffe. Dann so. So viel wie geht. Das war gar nicht so spannend. Aber. Es gibt ja noch Platz. Das Inventor. Das ist nicht so spannend. Da habe ich nichts. So. Mal schauen, ob ich jetzt wieder etwas aufnehmen kann. Das habe ich schon. Okay. Okay. Also wenn ich Waffen nachladen. Die Munition hier liegt. Nimmt sie so. So. Ich schätze da nichts, was ich brauche. Vielleicht wäre da oben drauf, wo noch etwas... Aber. Sammeln, sammeln, sammeln. Also. Also.. Standard RKW-Munition. Ähhhhh. Jetzt habe ich wieder keinen Platz. dass man etwas wegschmeisse. Am besten etwas hier. Die Schäfer nehmen. Ja. Ich nehme etwas in die Uni rauf. Ich mache das nicht. So. Das PDA. Wieder ein Code. Ich kann die Güte benutzen. Ja, aber das ist ja hier übertrieben. Du kannst nichts mehr hacken. Du bist gerade beim ersten Schöntag. Da hinten sind noch Leute. Aber ob das wirklich... Ich habe den Alarm immer noch eingeschaltet. Nein, der ist aktiviert. Das ist gut. Jetzt haben wir noch etwas, was geht. Das hat er da zertönt. Geld habe ich auch genug. Schmerzmittel auch. Ja. 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 Das habe ich nicht untersucht. Das ist ein Kompi, den ich nicht hacken kann. Sofort entdeckt werden. Ich habe 100 Passwörter, aber ich weiss nicht wo. Bis jetzt habe ich nicht gefunden, wo sie funktioniert. Das kann funktionieren. Sofort entdeckt werden. Gar nicht. Jetzt geht es auf. Verzöger jetzt noch so ewig. Ich kann nichts mehr machen von hier. Ja. Auf das Mal hacken meine Figuren wie der letzte... ...Kotropf im Falle. Da bin ich auch gekommen. Ja. Noch mal weiter. Ja, lecker. Ich muss die noch mal aufnehmen. Das Spiel meint, ich habe sie gelesen. Oh. Was ist denn? Ich bin nicht zumal. Ich bin nicht zumal. Doch Ja, die ist auch aus Die Frage ist, wie lange Was hat es das gebracht? Gar nicht Hier oben muss ich Ich beginne wieder zu funktionieren Okay Ich gehe einfach mal durch Was ist in diesem Zelt hier vorne? Ich lasse es dir mal Ich habe jetzt noch viele Sachen sammelt Ich habe ja letztes Mal Pläne gefunden Ja Ich bin nicht mehr fertig mit dem Spiel Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Zu viel Wie geht es aber? Ah, schau jetzt Ich bin nicht mehr da vorne Ich will ausschalten und dann geht der Nächste. So, nein! Jetzt geht's! So. Jetzt hat er aber schon wieder kennen. Wo ist die Batterie? Was sind meine Batterien? Ich wollte schon sagen. Ich wollte, was ich damit? Ich wollte schon sagen. Ich bin wieder. Ich habe noch einen Seite. Ich habe noch einen Seite. Ich habe noch einen Seite. Das findet man natürlich hier nicht. Das ist die Bodenlucke, die ich nicht brauche. Aber da kommt er irgendwo. Hier ist einer um den X-Bereich gesichert. Wenn wir es mit denen zu tun bekommen haben. Eine böse Vorahnung, was da passiert. Schau, kann ich die nicht irgendwie manipulieren. Jetzt hier auch so. Nein. Hier kann ich das von aussen nicht auftun. Ich habe das PDA aufgenommen. Und zeig mir das nicht an. Merci. So. Oh. ja genau so nein wir setzen hier aus und wieder voll das ist also elend Splittergranaten voll das kann ich noch abwerfen das ist Splittergranaten wenn diese voll sind könnte ich sie hier noch aufnehmen das frage ich mich auch wo ich das brauchen kann schützen muni brauche ich eigentlich auch nicht ich weiß nicht ob das Gefechtsgewehr auch diese Munition verscheisst da drückt ich die da nein ziehen wir die halb mal weg die Granaten wären sicher so wirkungsvoll gegen diese Meck da brauchst du einen riesen Platz da brauchst du einen riesen Platz ja weg bringt irgendwie auch nicht mehr ja das verstärken das erkennt es auch nicht mehr richtig jetzt habe ich irgendetwas gedrückt das erkennt es auch nicht mehr das Zeug zu bauen ja das mit dem Hecken ist zum Teil ein wenig frustrierend da habe ich noch die Tauben höre das kann nicht sein im Skistand da muss sich niemand mehr melden da kann niemand mehr warten da kann niemand mehr warten da dann lassen wir das mit dem wow scheisse die Kamera da sind die Kamera noch aktiv da sind die Kamera noch aktiv wow die sind natürlich alle schon bereit schön nein nein jetzt geht er ins Erdeckung ich mache es halt so weg 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 aaaaah das ist